Hallo sehr geehrte Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt und danke an Stromi, was er mir geraten hat, dass ich das alles auseinandernehmen muss. Schuld war zwei rote Kabel und ich habe da alles eingelötet, erneut an den Tonkopf und hier funktioniert das. Die zwei Seiten funktionieren nicht mehr. Danke nochmal für Strom. So, tschau, bis zum nächsten Mal. Hab das jetzt gefeiert.